Mit 12 Jahren ist man in Asien zu alt zum Teppichknüpfen, weil die Finger zu groß werden. Du darfst aber erst mit 14 bei Nike anfangen Turnschuhe zu kleben, da entsteht eine Versorgungslücke von 2 Jahren, die meist mit Prostitution gestoppt wird. Wir haben keine Ahnung von Sklavenhandel mit Kindern, Zerstörung ganzer Volkswirtschaft durch Börsenspekulation und Umweltkatastrophen durch Ressourcenausbeutung. Ja, wir wissen nichts über die Folgen von Staudämmen und Turnschuhproduktion in Südostasien. Kein Schwanz kennt aus dem Stillgreif den Zusammenhang zwischen Aktienkursen und Leitzinsen. Wir kennen ja noch nicht mal unsere Blutgruppe. Ja, wir sind so degeneriert, dass wir nicht bezahlen können, weil wir uns die vierstellige EC-Kartennummer nicht merken konnten. Herr, wir sind so hohl, wie wir voll sind. Die haben Angst, dass ihre Kinder verhungern und wir haben Angst, dass unser Deo versagt. Unsere Weichväter sind die Steuerberater und UNICEF ist unser Ablass. O Herr, mach hoch die Tür, die Tore mach dick und die Mauern zu. Denn es kommt ein Herr von wütenden, kleinwüchsigen, immer leidenden und Analphabeten über uns. Die Tutsi und Hutu werden sich gemeinsam gegen uns verschwören und die kampferprobten Kindersoldaten aus Sierra Leone. Wir alle werden kommen, über die NATO-Zäune krabbeln und uns hinwegfegen wie El Nino. Die Tutsi und Hutu werden sich gemeinsam gegen uns verschwören. Untertitelung vom Ende des ZDF für funk, 2017 Wenn eine Tutsi und Hutu werden sich gemeinsam gegen uns verschwören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.